haben wir das nächste was da ist es nennt sich new weapon mastery ja ich hab von dir in die bio und dann hab ich da schon heute meldung bekommen ja genau 13 minuten bin ich mal gespannt das ist ja das das war ja das was erwähnt habe ich bin gespannt was das bedeutet das mit der neuen weapon mastery ich bin kurios gucken dass das das durch der schaue doch in ordnung ist aber ich denke bist du drin so weapon mastery properties are brand new properties that we have assigned to all of the games simple and martial weapons and you must have a class feature that allows you to unlock weapon mastery to be able to use those properties and so what this means is if a wizard for instance who does not have a weapon mastery feature picks up a weapon that weapon is going to function the way they expect it to from the 2014 rules although a number of weapons have had some tweaks made to them in addition to the weapon mastery properties however if you are a character whether you are a fighter a barbarian a rogue a paladin a ranger or someone who has otherwise unlocked uh the ability to use weapon mastery suddenly when you use the the dagger because of your mastery with the weapon you will be able to unlock its mastery property and each weapon has a specific mastery property from a list of properties that has been assigned to it and so with the dagger that property is a property called nick it allows you to benefit from the extra attack that the light property and the dagger gives you without without having to spend your bonus action on it it's simple but powerful because what that suddenly means is the person who has decided to focus their mastery option on daggers they've just freed up their bonus action to do something else with it they no longer have to use their bonus action when they're when they are using the light property to get that extra attack but they could what but why that wait also uh that's bedeutet also was they glaube ich ansprechen is ja beidhändiger fight that heißt wenn du also im in der main hand ein schwert oder so hast wenn in der offhand deinen dagger und du hast die weapon mastery für den dagger kannst du quasi hingehen und mit dem schwert angreifen und mit dem dagger angreifen und deine bonus action ist nicht weg du kriegst einfach eine okay so they could throw three daggers they could uh what but that's just a great example of how weapon mastery das kann der mit der bonus action dann nochmal angreifen kann der drei attacks mit level 1 machen oder was die wollen die das denn balancen und das jede runde und das jede verschissene runde drei fackige attacks ähm okay oder kannst du halt immer doppelt angreifen und sagen äh spät als vogue oder was auch immer äh dash action ja genau bonus action dash ...transforms ...how certain characters ...use their weapons okay ...there are other weapons that have uh a property called graze and if your character unlocks the graze property in a weapon that means that you are so good at using that weapon that you will always manage to at least graze your target even if you missed uh and again sorry das kann doch nicht gesund sind fürs gameplay now no character in the player's handbook has access to every mastery property simultaneously just as a spell caster has to choose the cantrips that they know from a larger list of available cantrips for their class the characters who have the weapon mastery property choose a certain number of those properties that they have unlocked jaaa aber also 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 let's be real hm wenn du so ein fucking schwert benutzt dann benutzt du nen schwert und dann gehst du ne plötzlich hin und benutzt irgendwie ne nen Zweihänder so hm also 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 oder so ein Großschwert oder so irgendwie was in dem Dreh also das heißt ja du nimmst deine weapon mastery genau weil du das halt so benutzen willst natürlich und dann quasi weiß ich halt nicht ob das ob das ob man dann so sagen kann ja gut das ist ja wie wenn so ein Saucer cantrips aussucht ja aber halt stopp es gibt extrem viele cantrips und ähm du machst das ja nicht unbedingt um genau diesen cantrip zu nutzen es sei denn es ist ein Utility cantrip aber zum Beispiel so ein Angriffs cantrip also die sind ja zum Teil alle gleich äh äh also ob du jetzt so ein Fireball schießt der äh äh einen DC in Damage macht oder du machst Poison's Ray das einen DC in Damage macht keine Ahnung also es ist irgendwie hat nicht so ganz viel Variation finde ich zumindest als wenn du halt wirklich wenn jede Waffe ne eigene Property hat und du einmal quasi deine Bonus Action weglassen kannst damit der Waffe anzugreifen dann gibt es ne andere da gibt es ne andere Waffe die dich immer treffen lässt die dich immer treffen lässt das kann ich gesund sein das kann schon nicht bringen pfff oh ich mein also ok aus dem Aspekt dass wenn wir jetzt mal rausnehmen dass es vielleicht ein bisschen broken ist maybe man muss es testen man muss es testen ob es wirklich so broken ist aber wenn man das aus dem Aspekt quasi sieht was die Marshall Klassen vorher machen konnten und dann jetzt machen können ist halt ein bisschen cooler weil vorher hast du halt sich jede Waffe quasi gleich angefühlt ne ob du jetzt nen äh äh Langschwert mit nem äh D8 beziehungsweise D10 je nachdem wie du's geholt hast äh hast oder du hast ne äh Axt oder so die nen äh D10 Damage macht hat sich ungefähr gleich angefühlt ne das jo jetzt ja die sowas machen aber aber zu sagen ja scheiß drauf du hittest du wirst sowieso immer Damage an den Target machen egal was du machst kommt halt drauf an wie viel Damage das ist ne wenn also wenn das jetzt nur so 1-2 Damage ist oder so dann ist das okay ne also wenn solange das jetzt nicht fucking 2-D10 Damage ist die du dann immer noch an dem Ding machst du Resistence Logi naaa ne ne das muss fix Damage also du musst das aber auch so sehen das muss hier gebalanced sein in Richtung der andere kann theoretisch 3-mal angreifen und du kannst irgendwo hitten aber machst Damage auch wenn du nicht äh nicht treffen durst ja aber du kannst ja später noch's auch 3-mal angreifen und dann hittest du 3-mal nicht und kriegst halt trotzdem 3-mal den Damage ja aber du kannst ja 3-mal hiten mit dem Digga ja das ist auch wieder wahr du kannst ja dann muss ja der Damage ja irgendwie im Verhältnis stimmen ja ja das stimmt auch wieder ja ja ich weiß nicht ob das für Gegner zählt ne du musst ja auch so sehen achso du meinst quasi unter der unter der Party dass wenn der Babar nur einmal hittet dass der aber trotzdem quasi genauso viel Damage raushauen kann wie der der 3-mal hiten darf zum Beispiel oder halt jetzt wurde gesagt dass der Effekt dass man nicht hittet aber trotzdem Damage macht wenn das jetzt nur 2 Damage wären ja dann braucht der Effekt wäre trotzdem unnötig gefühlt aber vielleicht skalierend ja aber vielleicht ist das skalierend na aber na gut wenn es nur die Hälfte wäre wäre aber das wäre zu viel oder ich meine wenn du Highrollst dann wäre das ja übelst viel ja gefühlt wenn jede Waffe jetzt so einen krassen Effekt bekommt dann musst du ja sowieso theoretisch die HP von dem Gegner irgendwie anpassen weil du meldest doch über alles drüber gefühlt hört sich auf jeden Fall so ein bisschen so an oder umgekehrt wenn die Gegner die das auch haben dürfen oder haben dann meldest du die Party weg du auf der ganz anderen Ebene ja ja ist auch wieder wahr ja schwierig okay wie du diese Entscheidung hast ist dass du die Weapon also für zum Beispiel wenn du eine Klasse die lässt du Unlock 2 Mastery Properties du würdest 2 Weapons du würdest Dagger und Short Sword und das bedeutet du würdest die Mastery Properties des 2 Weapons Ja das will ich auch hoffen Ja das würde ich auch hoffen ja They are able to have more and more mastery properties unlocked at a time. And then even at a higher level they get to a point where they are able to also swap in certain mastery properties over other mastery properties. But we'll talk more about that when we dig into the Fighter. Yeah, that's amazing though. There are other properties that push people back. There's topple where you can knock someone down with the battle axe for instance that has the topple mastery. That would be cool. Yeah, yeah, that would be cool for monks or so. Mit so einer Stabwaffe, ey. Boah, das ist geil. Das seh ich aber auch. Eher entprone machen oder sonst was. Ja, 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 ja. Also nicht über Damage quasi das Ganze, sondern über zum Beispiel Statuseffekte oder so, ja. Oder wenn der Barbar mit dem Zweihänder den halt fünf Feet wegpushen tut oder sonst irgendwas oder was auch immer. Ja, ja, ja. Oder Vulnerability oder so. Weil ich glaube es gibt einen neuen, soweit ich weiß, gibt es einen neuen Stat, der Vulnerability oder so heißt. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Der quasi Disadvantage auf den Gegner drauf macht. Hnh. Also dass du dem quasi so irgendwie so ein Opening gibst oder so. Ja. Wo der dann Disadvantage auf den, äh, 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 äh bekommt. Oder, äh, äh. So choose your weapons to combo with each other in different ways. A great example of this is the short sword has the vex property. And vex, when you hit somebody with a weapon that has the vex property and you've unlocked that property, it means your next attack roll against them has advantage. Well, we carefully constructed the mastery property selections to benefit different sort of class fantasies. So in this case, this is all about empowering the rogue to be able to set themselves up with advantage for their next attack so that then that attack can sneak attack. Okay, ach geil, weil ich glaube, der rogue hatte bis jetzt keine Möglichkeit, im Nahkampf so wirklich advantage zu bekommen. Ist ganz schwierig. Hat man vielleicht auch bei dem Fight gemerkt, den wir jetzt hatten, wo Eva spielt ja einen rogue. Und sie hat im Nahkampf es echt schwierig, advantage zu bekommen. Und da hab ich eigentlich auch schon gepity-ruled, weil eigentlich, wenn ihr prone seid, könnt ihr keine Advantage geben. Basically, als wärt ihr nicht da. Aber, ja. Aber, find ich auch cool. Wobei ich gar nicht weiß, kriegt der rogue Multi-Attack? Ich glaub nämlich nicht, ne? Also das heißt ... Von Natur aus hat der kein Multi-Attack. Ja. Hm. Schwierig. Der kann ja dann gar nicht. Doch. Oh, Fabian. Das ist ja insane. Rogue Short-Sort Weapon Property. Dagger Weapon Property. Short-Sort Attack. Advantage. Dagger. Dagger, ja. Angreifen. Plus Sneak Attack, weil Advantage. Dann nochmal Dagger hinterher. Ja, das ist auch der Gedanke, glaub ich, dass grad wo er ... Wo er auch meint. Ja. Wo ich selber sich ins Head-Up ... Stimmt, ja. Stimmt. Wenn du dann mit Dagger spielst, das ist heftig. Das ist krass. Ich wollte mal zupucken. Das ist ja ... Das ist ja ... someone in like a leg or somewhere else that is going to slow them down when you think about the long range of the longbow this allows you to keep that creature way over there because you are making it harder and harder for them to reach you yeah uh and again okay the the tactical possibilities start multiplying particularly if you have weapon mastery and you're also playing a class that eventually gets extra attack because you can start using one weapon for one of those attacks and another weapon for the other one and exploit their different mastery properties to create some fascinating tactical combinations yourself so the great club has push which makes perfect sense you can knock something back 10 feet but a heavy crossbow it's perfect because if you want to knock someone off a cliff if you want to shoot someone right off the wall of a castle that has a new element of strategy now and right there too you see when you compare the mastery properties on the different weapons adding them allowed us to bring out some of the narrative differences among these weapons in a way that we never could before right so if you compare the heavy crossbow to the longbow one of them is slowing the other one is pushing that's actually an example of us being able to finally show how being hit in the real world by those two weapons feels different right because a crossbow hits with a force because of the mechanism the longbow does not necessarily i mean they're both you you don't want to be hit by either but it was a lot of fun for us to look at how can we actually bring these weapons to life in a way we never could before now that we have weapon mastery everyone has the option of taking a feat that unlocks some weapon mastery so we wanted to make sure that no matter what class that you're playing you have the ability to dip your toe into this pool through the feat system and there's also sap which gives that target disadvantage sap is uh perfect against a foe that's actually really scary and you want you want to impose disadvantage on their attack rolls yeah uh and so yeah there are a number of weapons that have sap and like the mace uh spear and it again really good against the scarier foes wobei ich muss jetzt sagen die sind fighter und es gibt ja ein fighter der so manöver machen kann die halt viel das ausgemacht haben ne eigentlich die die manöver waren da quasi diese diese waffen perks jetzt bin ich gespannt wie sie den dann ob sie den dann abändern oder was mit dem halt machen weil theoretisch muss der dann ja auch irgendwie ein bisschen buff bekommen weil eigentlich war das genau das was er gemacht hat also another example of us looking at ways to enhance not only the narrative of different weapons but also key into certain class fantasies better so the mace often associated with the cleric and clerics have traditionally been all about protecting their friends and so we were particularly eager to then put sap on the mace because sap is all about diminishing how scary someone else is to your group whereas other weapons have mastery properties that are all about uh you know knocking people down or setting up your next attack how many times can you use weapon mastery is this every attack you can use that weapon mastery yes so if you have the weapon mastery unlocked on a weapon that you're using so that you can theoretically be benefiting from the mastery property every time that you hit with the weapons property when you miss with the weapon and it is because of that design that we kept it is the question but but I think there are they thinking what is when you two daggers have and you can basically with your short sword greet and two times with the daggers greet and then a third time with the dagger greet and then you use the bonus action to use and then you can use the bonus action search and then you use the bonus action search and then it is over and it's over and died also the fighter had already already I guess what was as a maximum what I seen what i saw was like 11 attacks attack or so I can't change my kacken gehen, wenn er dran ist. Aber wirklich. Der schnitzelt einfach selber durch. Ich feiere ja die anderen, die mir so Utility-Sachen bringen oder debuffen. Und dann kommt der Vogue um die Ecke und sagt, hi hi hi. Ich meine, verständlich ist ein Vogue. Ich denke, Fighter könnte aber auch ziemlich, ziemlich broken damit werden. Und jetzt, ne? Ja, mal gucken. The mechanical weight of these mastery properties very light. We wanted them to be very impactful but not a huge slowdown in play. Not tremendously complex by themselves. Exactly. So they are very weighty in terms of what they do but they are not highly complex because, particularly in the hands of a character who starts getting many attacks. Like think about a high-level fighter who can just attack, attack, attack. We wanted to make sure that because these are getting applied potentially over and over again that they weren't going to bog the game down. And so that was a huge focus of our internal playtesting is making sure that these each meet the goal of being really spicy and fun and create tactical interest while at the same time not bogging down play. We talked about this before but now when you see one of these weapons in play you have a different context. It is not just a dice roll now when you see a great axe. When you see a crossbow it's not just getting hit by a bolt. It's you may get pushed back ten feet and fly right off a cliff. So there's a new context emotionally and narratively for what these weapons are now. They mean something extra. Well especially for the DM because it is primarily going to be monsters that are facing this. Absolutely. But it also means that players can be much more interactive with each other in setting combos up because now if you know alright that crossbow isn't just going to do damage but it might also displace the target that creates a tactical situation for the group to have fun thinking about that wasn't there before. It's very simple though but that is by design as you mentioned but it's had a tremendous impact in playtest and even your home game. Oh, or so with the chance that's around coming. Oh, the complexity level was low. Say, I can't see how often it's going to happen. and I can say in our playtests that it has succeeded at delivering the fun and the tactical interest that you have done. I think it's fun, that it's the fighter a bit cooler I spent most of my time playing a fighter and I had a ball creating especially as the fighter was higher level and had more and more masteries unlocked. I love being able to play this mini game of all right at first I want to use this weapon because of this mastery property then my next attack will be this one where I can exploit what I did what with the previous weapon super fun. The new players handbook is available for preorder right now in the end of the final game. Yeah, so wie es so wie es aussieht, ja. So wie es aussieht, kannst du die einfach swapperin und so Nachaufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein dort unten irgendwo da ist so ein Like-Button den könnt ihr mal smashen und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen und wenn ihr das getan habt lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da und ich freue mich drüber. Dankeschön.